Hallo Freunde der Überlänge, weiter geht's in Magic Farm Survival und ich versuche immer noch irgendwie an diese eine Speicherzelle zu kommen, aber das ist dann gerne mal nicht möglich. Das schaffen wir schon, Mythos. Ich will ja bloß eine Speicherzelle. So, das heißt, ich brauche sowas hier. Los. So, la, machen. Und ich weiß nicht, ob er es macht oder nicht, weil ja, man haut die Ressourcen mich immer gleich wieder weg. Das machen wir schon, Mythos. Ich hau nur Kautschuk weg. Äh, wie Kautschuk? Äh, wenn das Ding fertig ist, haben wir weniger Kautschuk als Kartoffeln. Okay. Warte mal, das da brauchen wir. Das heißt, ich brauche... Weißt du was, Daffi, weißt du noch am Anfang, als wir noch vergeblich Kautschuk gesucht haben und dann folgenlang an einem Ding gemacht haben, was Plastik braucht. Und nun haben wir über 600.000 Kautschuk gehabt, fast. Äh, wir haben kein... Warte mal, kann ich sein? Doch, wollte ich das sagen. So, okay. Das heißt, das haben wir. Äh, dann die... Warte mal, wie war denn das? Ähm, noch mal gucken hier. So, das da. Müssen wir schmelzen. Gut. Spelzen wir das. So, Methos, deine Fertigungskonsole ist fertig. Hier. Äh, wie? Ich wollte die doch machen. Ich hab da jetzt extra so ein Teil schon gecraftet. Hier. Hier. Normale Zugriffskonsole. Jetzt nimmst du. Gut, dann hauen wir das da dran. Äh, ja, Ma, da wird mal ganz kurz gleich was weg sein. Was? Nein. Alles explodiert. Ja, nur ganz kurz. Du nimmst auf keinen Fall den Speichercluster raus. Nein, hab ich nicht. Ich hab nur ne Konsole angeklemmt. Ach so. Dass wir hier oben dann auch mal ein bisschen haben. So. Ich hab das hier dran gemacht. Gut. Sag jetzt ja nicht, dass du noch eine willst. Ähm. Doch, oben brauchen wir auch noch. Nein, du machst es nicht in jedem Stock so eine Konsole. Ja, doch. Nein. Was willst du denn da oben damit? Einfach nur damit es da ist. Nein. Das ist Unfug. So. Am Ende machst du den Kämmer auch noch eine. Das heißt, wir wollen ja sowas hier haben. Was? Oder? Wir wollen ja sowas hier haben. Was machen wir? Also wozu denn bitte hier? Hier hast du das HM-System. Ähm. So. Das da brauchen wir nicht mehr. Man könnte den Keller ja mal aushören. Weil das können wir nämlich alles hier so machen. Was ist denn jetzt Mythos? Ja, ich würde sagen, wir gehen in den Nether, oder? Nein, wir machen das erst so weit, dass es hier fertig ist. Wie lange brauchen wir es noch? Naja, bis dieser Balken rechts voll ist. Äh, das ist noch ein bisschen. Ja, ich kann doch nicht ewig hier nur warten und nichts tun und so. Wetten das? Dann helft das Ding mir zu füllen. Genau, dann geht's schneller. Kautschuk. Kautschuk? Woher? Na, aus dem M-System. Aus dem M-System. Ähm. Kautschuk. Okay. Da. So. Dass man das jedes Mal wieder eingeben muss, oben. So. Oben? Okay. Äh, wo füllen? Das hier. Ja, aber wo muss ich das da rein machen? Dann machst du auf dem roten X, einmal draufklick, dann ist Haken und dann kannst du es mit Rechtsklick reinziehen. Also schrift Rechtsklick. Okay. Gut. So, okay. Habe ich reingemacht, aber ich sehe da nichts. Ja, das braucht auch noch ein bisschen mehr. Guck mal, rechts der Balken, da siehst du die Anzahl an Items, die wir schon vernichtet haben und wie viele wir noch vernichten müssen. Wieso vernichten? Die werden unwiderruflich einfach zerstört, diese Items. Und dafür kriegen wir einen Energiepunkt für jedes Item. Warum wollt ihr die alle vernichten? Weil wir die Singularität brauchen, sonst hast du im Nether kein ME-System. Oder willst du ständig hin und her reisen? Okay. Ich hoffe nur, dass ich das dann hinkriege, die Dinger zu verbinden, weil wenn nicht, dann dürfen wir das Ganze doch mal machen. Und so viel Karcho kann man nicht, dann willst du dann Kartoffeln benutzen. Pass auf, am Ende brauchen wir hier einen und im ME. Nein, wir brauchen nur eine. Ja, wir brauchen zwei davon. Aber nee, wir brauchen nur eine davon. Weil wenn wir das dann mit Ender-Staub zum Explodieren bringen, dann entstehen gleich zwei von diesen Verbindungsteilen. Nehmen kann man schnell weiter und so und überhaupt. So. So. Da rein. Bald sind wir fertig. Bald. Meinst du? Ich hoffe. Das kann noch eine ganze Weile dauern hier. Deswegen helfen wir ein paar Hand mit, damit es nicht so lange dauert. Wir haben jetzt schon weniger Kautschuk als Kartoffeln. Hilfe. Und wir hatten vorher mehr fast doppelt so viele, wenn nicht mehr als doppelt so viele. Müssen wir Kartoffeln essen, damit es wieder weniger werden? Wir können auch Kartoffeln reinschmeißen. Äh, nein. Wir haben 200, noch über das Tausend Kartoffeln. Wir können auch Diamanten reinschmeißen. Stimmt, da haben wir auch mehr ein paar Tausend von. Nein. Wir können Redstone reinschmeißen. Ja, wie viele Redstone haben wir denn? Dir geht's ja wohl zu gut. Wir können auch vorher Blöcke draus machen. Da wird aus neun Redstone nur ein Energie. Ihr seid doch nicht ganz sauber. Wir haben 73 Redstone. Äh, 73.000 Redstone. Wir haben 73 Redstone. Kann man nie genug haben. Äh. Dann bau mal mit denen was. Ich glaube, der Truck hatte weniger, oder? Kann man auch andere Sachen reinmachen? Du kannst alles reintun. Alles? Alles, alles. Ja. Uneingeschränkt, ja? Uneingeschränkt. Also keine Personen und Tiere. Nein, weil dann würde ich nämlich mal gucken, äh, ob wir da ein paar einzelne Items haben, dass uns ein paar... Ist doch gleich fertig, Mythos. Ähm, wie zum Beispiel das da und das da. Das da. Das Ding ist eigentlich auch als Mülleimer gedacht. Halt, anhalten! Nicht mehr reintun. Was? Nein, das werde ich jetzt noch los. Da kannst du mal rein drauf lassen hier. Nee. So. Dann explodieren wir dann. Wir haben schon eine Singularität. So, und mit was muss ich das zusammenschmeißen? Oh, da bleibt der da, der Speichercluster. Äh, Enderperlenstaub. Haben wir noch Enderperlenstaub? So, und, äh, ach so, rechts, das geht da. Äh, Enderiummischung, nein, Enderperlenstaub. Ich kann kurz welche zersägen. Äh, zersägen? Ja, halt hier, zerbörsern. Ach so, ja. Pulvern. Ähm. Warte, dann mache ich nämlich ein paar Sachen raus, die wir... Wie viel brauchst du? ...so da drin haben müssen. Warte mal, das ist... Nee, das behalten wir. Ja, wie viel brauchst du? Das da können wir rausmachen. Ein einziges. Okay. Das da, äh, nein, den lassen wir da. Das da, äh, das da... Wie? Unnötig. Unnötig. Metas, wir werden jetzt was in die Luft jagen. Willst du mitkommen? Äh, warte, 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 ich komme mit. Ja, 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 will ich sehen. In die Luft jagen, in die Luft jagen. So. Okay. Äh, da... Metas, bringst du den Redstone-Block oder sowas mit, womit wir das Ding anschalten können? Äh, ich bringe Hebel mit. Okay. Wir machen es hier, wir machen es mal hier hinten auf dieser einsamen Insel. Ähm. Äh, okay, ich sehe dich. Äh, alle Hebel so weggemacht haben. Kommt jemand von euch? Du hast jetzt nicht ernsthaft die Hebel weggeschmissen. Äh, doch, weil wir... Äh, die sind doch leichter und schnell wie der Kraft war. Nein, 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 das ist Mühe einfach. Da tust du die Hebel wieder. Wieso haben wir sie dann? Ruppzuck ist doch ein Hebel neu gekraftet, der ist doch billig. Du glaubst gar nicht, wie schnell wir Redstone wieder haben. Wo seid ihr denn? Auf der kleinen Insel. Bring ein bisschen Obsidien mit, bitte. Auf der kleinen Insel. Bring Obsidian mit. Zu spät. Dann geh zurück und hol, du bist am nächsten dran. Das glaube ich nicht. Wie viel brauchst du Obsidian? Ja, so viele, dass ich so einen kleinen Käfig bauen kann. So, Obsidian brauchst du, ja. OBS, da. Das war Schleichwerbung für ein kostenloses Programm. Wir haben 150 pulverisiertes. Nein, Duffy hat schon. Du kannst herkommen. Dass du immer so lange brauchst für das ganze Zeug. Der Weg war umsonst. Nein, du hast ein bisschen abgenommen dadurch. Ihr habt das gerade für mich geschrieben, sozusagen. Was haben wir? Also, ich bin hier wahrscheinlich auf der falschen Insel. Anscheinend. Weil auf unserer Insel bist du nicht. Dann bist du auf der falschen. Ja, weil hier sind zwei Inseln sicher. Hier unten, natürlich. Was, da unten? Wo denn da unten? Koordinaten. Minus 125. Wir sehen dich, Minus 66. Ah, jetzt sehe ich. So, geht mal alle weg von diesem Ding. Das ist ein Landstrich. Geht mal alle weg von hier. Eine Singularität und davon eins. Äh, ich sollte Magneten ausmachen. Das wäre eine gute Idee. Ich hoffe, dass das geht. Wenn nicht, dürfen wir nochmal 250.000 Items verschwenden. Moment. Sollen wir die Singularität vorher scannen? Tu den Hebel über das TNT. Und sammel die Teile nicht ein. So, also dahin, ja? Und schalt ein. Und weg. Das kann nur schief ausgehen. Bitte, hat geklappt. Es hat geklappt. Ja, es hat wieder verschränkt die Singularität. Jetzt können wir zwei von diesen, jetzt können wir zwei von diesen riesigen Strukturen bauen, die mit dem ME-System vertüdeln. Äh, also für mich ist das immer noch Obsidian hier. Nein, nein, ich habe die schon eingesammelt. Ach, hast du eingesammelt? Toll. Ich will das mal sehen. Wo bist denn du? Hier oben. Das ist jetzt, das ist nur so. Wo ist denn oben? Metos. Mach das extra. Boah, bist du blöd heute. Lass mich das mal angucken. Komm. Jammer. Lass mich mal angucken hier. Metos, wenn du eins davon verschmeißt. Nein, tu ich nicht. Boom. Weg ist es. Ja, da reingeschmissen am besten. Quantenverschränkte Singularität. Jetzt gib her. Kann man das auch da drin verwerten? Ja, kann man. Jetzt gib her. Okay, ich probiere das mal. Du tust 250.000 Items von Hand rein. Einzelne. Ich bin nervös worden. Und alles muss Redstone sein. Ja. Redstone-Blöcke. Okay. Die musst du aber von Hand geformt haben. Okay. Jammer, was machst du jetzt? Ich baue noch acht Quantenfeldringe und noch einen Quantenlink. Oh, was genau macht das Ding? Also Tunnelringe. Ja. Ich brauche noch acht Tunnelringe, Quantentunnelringe und noch eine Quantentunnelkammer. Und wie geht das dann? Das zeige ich dir dann. Äh? So. Craftest du oder so? Ach, ich crafte das. Ich lasse das ME-System craften. Los. Ach so. Das kann die Dinger von alleine craften schon. Mhm. Tunnelkammer auch? Ich hätte aber gern was gesehen. Fluids, Perle. Dann schau dir mir ME-System zu. Hier, Metos. Metos, das Ding sieht danach ganz schön aus. Ach, äh. Okay. Äh. Okay, da mal schauen. So, ich habe alles. Also, zumindest für diese Seite. Ich glaube, ich würde sagen, wir bauen das Ding in den Keller. Okay. Äh, was? Im Keller? Ja, äh. Okay. Dann gehen wir in den Keller. Hier. Welches Stockwerk im Keller? Ja, Mann? Hm? Wo bist du? Keller. Welches Stockwerk vom Keller? Hier, 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 hier. Äh. Ah, okay. Für mich hat er nur eins. Okay. Was genau passiert jetzt? Wirf ich, ich erschaffe hier so zu, ich erschaffe hier ein Tor in eine andere Dimension. Oh, okay. Wir schauen dir gespannt zu. Das Ding braucht Energie. Hat jemand zufällig Kabel mit? Äh. Nein. Und gut, dann geht mir einer holen und er kann bei der Gelegenheit auch gleich im E-Kabel holen. Äh, ich habe Redstone-Leitung. Geht das auch? Ja, die meine ich doch. Ja, das, dann haben wir doch. Warte mal, dann machen wir, machen wir, machen wir. Warte mal, können wir davon irgendwie runterziehen? Zwei habe ich noch. Äh, Metos, guck doch einfach, welche Leitung das ist. Die kommt doch hier unten sowieso durch. Äh. Das ist hinten links, das ist diese hier, Metos. Immer das Telefon. Achso, ich habe es bereits. Du hast das schon? Nee, ich habe es schon nicht. Schön, Telefon. Kabel. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert. Ja, es ist an. Ähm, E. Nein, ich habe sie gesehen. Äh, so, jetzt brauche ich ein E-Kabel. Jetzt brauchst du ein E-Kabel. Hat Duffy, glaube ich. Duffy! Wollte ich gerade holen, da hast du gesagt, du hast alles fertig. Hä? Habe ich nicht gesagt. Dann hat er halt angeschlossen oder es läuft oder sowas. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ein Quantentunnelring. Und so ein Ding bauen wir dann ins Nether. Metos, du wolltest doch die ganze Zeit ins Nether. Dann geh mal bitte in den Nether und tu mal dort. äh, Monster befreit machen. Nee, Monster befreit machen. Naja, wir müssen so Dinge Nether bauen und das möchte ich nicht gerne zerbombt haben. Ach. Wieso denn nü? Du hast da Pläne. Ja, willst du nochmal 52.000 schaffen? Okay. Ah, nee, ich muss ja da, dann nicht. Äh, ich könnte eigentlich sogar Hilfe brauchen, ne? Äh, morgen vielleicht. Hoffentlich geht das gut hier. Wow. Wow. Ich glaube, er hat gerade gesehen, was im Nether abgeht. Ja, aber wie viele Kabel brauchst du? Ich habe zu viele. Ich muss nur von diesem Vier-Eck hier rein. Und ich komme hier nicht weg. Wie bitte? Ich muss nur das. Geht einfach her. Ah, spinnenweben, spinnenweben. Das sind die, die ich bisher habe. Äh, das ist ein bisschen nicht viel. Ja, der ist momentan noch am Glas produzieren. Die sind echt böse, 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 böse. Das ist ungefähr eins zu wenig, Daffi. Nee. Also mindestens. Die haben mein Schwert. Mindestens, es kann auch mehr sein. Dann mach den Magnet an, dann kriegst du das. Methos. Die haben mich gehauen, dann ist mein Schwert weggefallen. Methos, dann schalt den Magnet an, dann kriegst du es wieder. Äh, okay, wie war das nochmal? Achso. Dauer. Äh, E und Magnet an. Ah, es ist verbunden. Äh, ich geh mal zum Amboss und benenn mal die Dinger um, damit wir die nicht aus Versehen verschmeißen. Ich helfe mein Methos im Nenner. Genau, nimm ein paar Safari-Netze mit. Okay, äh, mein Schwert ist aber trotzdem weg. Nimm ein paar Safari-Netze mit, bitte. Ähm, Safari-Netze. Ich habe das Daffi gesagt, der dir jetzt zur Hilfe eilt, du Unlangbarer. So. So, ich habe mal hier ein paar dabei. Habe ich mein Schwert wieder? Nein, habe ich nicht. Ist es vielleicht in irgendein Feuer gefallen? Das ist möglich. Dann ist es schlecht. Weil da ist sehr viel Feuer. Ähm, ja. Und ich kann da nichts machen. Ich hätte vielleicht mit dem Bogen, äh, eine Chance. Aber ich komme da nicht mehr zurück. Juhu, ich bin da. Äh, ja, ich habe da schon einige runtergeholt. Was wollte ich dir gerade gucken im MME-System? Ach so, wir stehen jetzt alle da unten und warten. Wir haben nur noch neue Essenz, Bern. Ähm, Daffi? Kommen wir zu dir, ja? Ich habe kein Schwert mehr. Das ist blöd. Daffi, nimm dir eins aus der Truhe und bring sie mit, nachdem du Safari-Netze mit reingeschafft hast. Äh, Daffi ist schon im Nenner und kommt auch nicht mehr zurück. Warum nicht? Äh, zu viele Pick-Tock-Its. Okay, und irgendwie heiligt es mir. So, jetzt sind die Nervigen schon mal weg. Sicher? Ja. Okay. Gut, dann hau mal die mal um. Sagt mir, wenn dort frei ist. Du sagst, die Nervigen sind weg. Von wegen sind die weg. Von wegen. Aua, was hat mich denn jetzt angegriffen? Da war einer, der hat übelst viel noch. Was übelst viel? Wieso heile ich nicht mehr? Äh, davon habe ich keinen Plan, wieso du nicht heilst? Hast du genug gegessen? Wir brauchen doch, äh, man braucht doch zwei Tesserakte, ne? Um einmal Energie zu transportieren, ne? Wieso kann ich die... Wie schnell gegeneriert denn der Typ? Achso, jetzt geht's. Mit das? Nicht schnell. So. Erstmal hier. Und dann wieder rein. Guck mal, ob das geht. So. Nein? Bis dahin? Ich höre den Gast. Das ist sehr schön. So. Ich hoffe, ich heile jetzt. Gut. Kann man sich da jetzt hintrauen? Äh, es kommt drauf an, wie mutig du bist. Ähm, nicht mutig genug, glaube ich. Wieso sind das eigentlich alles Spezielle? Ja, weiß ich auch nicht. Gibt's noch nicht. Das ist echt hart. Und warum sammeln die sich immer vorm Portal? Das verstehe ich immer nicht. Keine Ahnung, irgendeine Demo oder so. Ich hab, ich hab das, äh, ich hab das so eine Idee. Wir haben ja alle Jetpack. Ja. Wie wär's, wenn wir vor dem Portal das einfach alles wegmachen? Wir gehen durch das Portal und fangen direkt an zu fliegen. Ich würde das einfach so... Leute, wisst ihr was? Ich glaub, warum da so viele spawnen? Weil wir doch nie sind. Oder zumindest selten. Ich glaub, die fühlt sich da langsam heimisch. Und, äh, na ja. Mach mal die Spinnweben hinter dir weg, ne? Spinnweben? Ah, ja. Spinnweben, das ist gut. Da stell ich mich rein, da kann ich nicht mehr hochgekickt werden. Ach so, äh, okay. Dann lass ich sie stehen. Gut. Ich versuch mal, durchs Portal zu kommen. Sofern das möglich ist. Mit diesen Wurzereffekten. Erstmal muss ich den hier weghauen. Gut, dass ich meinen Bogen hab. Okay. Gut. Mein Schwert ist definitiv weg. Ich brauch noch ein bisschen... Das ist schlecht. Weißt du noch ungefähr, wo es war? Äh, das ist weg. Nein, wo du es verloren hast. Ja, beim Portal. Ja, okay. Dieser Ort, wo es komplett von Zombies wimmelt. Genau. Äh, nee. Hier oben. Borden, äh, Dings von Feuer. Weil ich hab ja ein Magnet an. Wenn's da noch irgendwo wäre. Alter, wo kommt der denn her? War der gerade unsichtbar und nur... Hä? Bestand der gerade nur aus Schuhen? Das passiert ab und zu, ja. So, wir müssen die Spinnweben mal hier wegkriegen. Jo, sofort. Das ist äußerst nervig. Ach. Naja, du hast ja ein Schwert. Ich geh mal zurück und hol mir ein neues Schwert. Jo. Weil sonst bringt mir das nicht viel. Okay. Ist das gerade gelaget? Warum? Blub, 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 blub. Keine Ahnung. Kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Gut. Und da muss noch ein Dach drauf. Äh, was mach ich denn? Wird doch bloß ein bisschen schneller fliegen. Ja. Was hab ich hier Schönes eingesammelt? Diamanten, Diamanten, Diamanten. Ja, schöne Rüstung. Weiß ich gar nicht. Da haben wir noch ein Zaumium-Schwert. Sollte eigentlich auch erstmal reichen. Gut, machen wir das dann. Zeiten, wo wir immer mehr da gestorben sind. Oh ja, das waren Zeiten. Äh, ich hab mein Schwert doch. Hä? Wieso hab ich denn das wohl nicht gesehen? Okay. Okay, dann lassen wir das Taumium-Schwert hier. Alles da. Dann, äh, ich komm wieder zurück, Daffi. Okay. Ähm. Ja, ja, Garst. Mit Feuerkugeln schießen, aber mit Feuerpfeilen nicht umgehen können. So. Das steht doch. Gut. Machen wir das hier weg. So. Und irgendwie heile ich viel zu langsam, hab ich das Gefühl. So, in dem Stock ist doch nichts. Da schadet's doch nicht, wenn ich dort den Tesserakt hinpflanze, oder? Und ich muss erstmal ein bisschen mehr heilen, bevor ich mich da irgendwie runter traue. Ja, bei mir verschwinden komischerweise teilweise die Herzen. Ach, du bist der, der hier die ganzen Spinnenweben macht. Okay, jetzt bist du weg. Okay. Finde ich gut. Ach, Mann. Warum haben wir keinen Sicherhammer mehr? Ah, nee, da sind ja immer noch so viele. Dann habt ihr meinen Sicherhammer weg. Ich hab zufällig zwei einsteckt. Du bist gut. Ja, weiß ich. Jetzt mach ich noch einen neuen. Okay. Ah, mein Schwert, mein Schwert, mein Schwert. Der hatte schon wieder mein Schwert. Bei mir, das ist gerade harte Action. Mit Ä. Ja. Ä-Action. Und, äh, ich hab noch noch einiges Herz. Du bist nur ein normaler. Du kannst weg. Hä? Gibt's ja nicht. Was? Sicherhaltbarkeit. Was ist das? Feuerschutz. Vielleicht ist ja Feuerschutz besser. Äh, ich probier's einfach. Aber erst mal will ich wieder heilen. Oh. Ich bin vergiftet. Vollkopf. Aus irgendeinem Grund habe ich nur noch vier Herzen. Achtung, Meter zenterte. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Kannst du meine Sachen einsammeln? Schau, dass ich alles so viel... Oh, wie möglich. Wieso legt ihr das hier das mal, wenn ich zurückkomme? Okay, da bin ich. Gut. Wir müssen den Spawnpunkt vielleicht mal ändern. Was hattest denn du alles dabei? Jetpack, Schwert, äh, Spitzhacke, ähm, Breitachs. Ähm. Ähm, Dierrüstung. Metas. Kann man schauen, vieles wird in deinem, äh, Ding zu sein. Kann ich kommen oder ist dann noch, äh, Amageddon? Äh, was? Amageddon, was? Ich habe jetzt einen Tesserakt so eingestellt, dass der Energie in den Nether pumpen kann. Also ich komme jetzt nochmal in den Nether. Äh, du bist nicht im Nether? Okay. Nein, ich bin gerade gestorben. Oh. Achso, und diese Kanister hatte ich auch. Herzkanister. Fanzi Stück. Äh, achso, da komme ich jetzt so gar nicht mehr hoch ohne Jetpack. Du wirst ja schon schaffen, Methas. Metas, ich glaube, irgendwo unten haben wir noch diesen Blei-Jetpack als Notfall. Nein, ich komme ja, ich komme ja da so hin. Das geht ja auch. Ich habe die Verbindung hoch, ich habe die Verbindung mal Nevernet genannt. Ich glaube, ich war da sehr kreativ. Sag mal, hast du das irgendwie auf Hardware? Hast du das Hardcore gestellt oder so ein Quatsch? Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, es ist so was easy. Ey. Bist du da, Methas? Wenn das easy ist, dann weiß ich aber auch nicht, weil, dann will ich nicht wissen, was Hardcore ist. Soll ich mal? Okay. Nein, beim besten Willen, nein. Methas, ich habe noch ein paar Dinge hier in die Truhe geschmissen. Ähm. Warte mal, erst mal meinen Jetpack. Haben wir noch Abfüße. Äh. Haben wir Schlagen die weggetrunken. Spinnenweben. Schwinnweben? Ja. Spinnenweben sind besser als Spinnen. Was sind denn Schwinnweben, Mädels? So, was haben wir denn hier? Mein Ring. Ein Ring, das geht zu knechten. Mein Rucksack. Wo bist du? Warte mal, Redstone Jetpack? Ich höre dich doch. Ich glaube, ich habe das falsche Jetpack an. Ähm. Passiert. Muss ich gleich mal gucken. Ähm. Momentan hast du das Richtige an? Schornen, Schutz, Schuss sicher. Ah, man kann da durchschießen. Äh. Muss ich noch gar nicht. Keine Ahnung, ich glaube, das gehört mir alles gar nicht, oder? Hä? Haube, das Buch, Explosionsschutz, nee, das gehört mir doch alles gar nicht. Kein Plan. Ich habe es einfach mal mit der Geigen. Leute, ich komme jetzt auch mal in Nether und ich räume doch ein bisschen mit auf. Warum geht denn das mit dem Ring jetzt nicht? Musst du wissen. Also Steuern, ich komme mal mit dem Nether und räume ein bisschen mit auf, okay? Ja. Könnt ihr mal kurz die unmittelbar vor dem Tor wegtun, damit ich dann gleich hochfliegen kann? Danke. Du kannst durch. So. Wo sind die alle? Ach du Heilige, was machen die denn alle hier unten? Meine Kanister sind ja alle da. Ich muss sie mal kurz rausnehmen. Kommt ihr Wilden, ich habe ein Safari-Netz für euch. Da fühlt ihr euch sicher wohl drin. Genau, genau, habe ich das Inventar vor der Safari-Netze. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir haben auch noch ein paar in dem Netz. Ja, Leute, bitte. Haltet mal den Gas von mir fern. Ääääääääh. Spinne. Warum hast du die Spinne nicht weg? Habe ich doch. Sind wieder neue da. So, und die Spinne haue ich mal da runter, wenn das irgendwie geht. Ach, liegt doch rüber. Okay, Gas ist hin. So, die Spinnen sind jetzt da unten. Au. Kann die mal ein wenig zu bleiben. warum kann ich hier das nicht machen da habe wieder zwei im netz drinnen ich habe ich habe jetzt das halbe inventar von der netze mit dem füchern du bist ganz normal und tust aber nicht die klinge alle sehr aufgebracht aber das kann ich verstehen wir da so ein paar typen einfach umschießen mit einem wirklichen und wir überall spinnen jetzt haus platz nicht meine hallo jetzt waren sie selber sagt so ich brauche jetzt platz wo wir gut wo ich das ding sicher bauen kann so nicht spinne definiert sich hier im netter so dass es nicht gleich weg ist okay also hier sind auf jeden fall keine viecher mehr so wie es aussieht da wie platz bitte ja einsammeln da ist noch ein wo hättest du denn gerne dass im system hier mehr sollen nach ist blutwurst in die burge überhaupt klasse meter komm mal hier hoch und sag mir mal einen platz wo das ding hin soll das portal naja wie wärs wenn das jetzt wie wärs wenn ich's warte mal kannst du das auch so in die luft bauen ja aber ich sage direkt übers portal geben weg so viel platz brauche ich auch wieder nicht okay so viel platz nicht raus so ein paar lächer zu das nervt nämlich also es hat sich schon mal verbunden mit das wie das ist dein tesserakt du musst den mal einstellen bitte ich muss den einstellen wie denn einstellen ach den hier ach oder kann ich das auch ja ich kann auf netternet und flüssigkeitsmodus aus und energie nur empfangen hatte gerade irgendwie schaden bekommen also ich nicht haha es ist an gut und dann müssen wir hier noch so monster tötungsteil hier hin bauen damit wir hier frei halten können ja damit wir den eingang mal frei halten können weil das das nervt echt übel hier da auch schon wieder spinnen und alles nicht mit aus wir haben eine ms system ja es geht ja ihr bräuchte jetzt nur noch ein kabel dafür zum anschließen und dann noch ein oder und vielleicht sogar noch so eine fertigungskonsole dass wir was ausziehen können wo ganzes kabel ein in die mitte das ding hat nur dafür du weißt dass das ding in schwebemodus hat ne ja habe ich ja gerade an aber irgendwie würde ich nicht so weit aber resonantes jetpack ist besser als das redstone jetpack oder du hast es nicht an ja oder so das geht auch weil du mal geht es ein anderes besser vergleichen so und jetzt noch ein fertigungskonsolenteil ach quatsch ich muss das ding ja auch mit ms system verbinden millionen glaube ich also du musst hier rein ich habe das ding nevernet und dieses quanten das netzwerk für den strom heißt nevernet da kommt dann nur me zeug ran bitte ich glaube da ist irgendwie viel schon öfters begegnet ist und das nicht mag kann das sein was kann es sein dass du das wie ich nicht magst genau ach wie hast du mag den schönen kleinen das reicht auch erstmal für diese folge jetzt lasst mich das eine item noch da rein tun eine item aber du willst die konsole da noch an klemmen ja da kommt die klemmen wir noch an so ihr habt jetzt eine verbindung mit diesem me system die steht jetzt müsste also hier ist irgendwas am flimmern da so ja dann müsste es funktionieren und ich mache jetzt noch schnell so eine fertigungskonsole gut ach ich will die ganze zeit mit ob die feine ranzoom aber ich habe ja keine ob du schlau mensch also es wird auf jeden fall interessant wir haben kein crafting table mehr wie bitter ist das denn das ist ja schon wieder so wo wo sehe ich nicht mal irgendwo hat er doch gerade geschossen versteckt sich eben gut würde ich auch was darum ich gehe rechts rum und das fliegt links rum was ist es wir machen wenn man sehr nervig ist würde ich sogar fast ich komme zu euch ja ja das ist ja gleich hier wir warten hier soll mir das und jetzt stell dir mal vor ich wäre mit diesen ganzen wertvollen kram ja eingekommen und zwar fort in den der war ja und das was versetzen das wäre nein das müsstest du noch mal machen guck mal das macht es tut ja ja wie geil ist das denn das ist ja zusammen me zugriff im nether wie geil ist dass er das packt man erstmal da so rein hier das auch bevor es weg ist hier so das auch das auch den ring da will ich noch ausprobieren und ruhig endlich mal anziehen kann irgendwie scheint das nicht zu funktionieren ich glaube ich hatte ein bisschen zu weit hoch gebaut ich komme da gar nicht ran ja wir können sie hinterher noch ein bisschen runterziehen also mit dem ring das klappt irgendwie nicht okay auf jeden fall haben wir ein ein eine konsole im nether okay ich sage bis zum nächsten mal und tschüss 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 so so Bis zum nächsten Mal.